Hallo Freunde des Überlebens und willkommen in einer sehr stressigen Nacht in Downstarve. Und ich muss hier gerade irgendwie aufpassen. Nein, 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 nein. Oh, das war gerade ein bisschen tricky und ich glaube es ist immer noch ein Fuchs hinter mir. Fuchs, Wolf, whatever. So, ich darf jetzt hier einen kleinen Umweg laufen und zwar darf ich hier wieder hochlaufen, alles klar. Boah, die Nacht ist anstrengend, vor allem wenn die Hunde hinterherlaufen und alles. So, perfekt. Okay, in der Theorie wäre hier zwar ein bisschen Stein, aber das ist mir zu risky. Ich werde nicht in der Nähe von Hunden Stein abbauen. Das sind mir meine Leben doch wichtiger. Das sieht doch, wow, hier ist einfach mal eine kleine Mini-Base. Das könnte jetzt aber auch ein Fallenbiom sein, da bin ich mir nicht sicher. Nein, nein, nein. Ich habe verloren, ich habe gerade mein Spiel verkackt. Ich habe gerade aktiv meinen Speicherstand hier verkackt. Nein. Das ist die Sommerbiom-Kiste. In dem Moment, wo du die Kiste öffnest, wird Sommer. Nein. Nein. Bitte nicht, nein. Oh, scheiße. Ja, jetzt stirb du, scheiß Hund. Oh, fuck, 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 nein. Nein. Ist das jetzt nur für ein paar Tage? Ich kenne mich da jetzt leider nicht aus. Also ich muss jetzt auf alle Fälle diese Weste da, ich sonst überhitze. Ich glaube, ich habe echt verloren. Ich habe meinen Speicherstand jetzt dadurch ruiniert. Icebox, wow, da ist lauter Rot drin. Toll. Oh, fuck. Das ist jetzt nicht mein Ernst, oder? Ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass es sowas hier noch gibt. Also ich wusste, dass es die gibt, aber ich dachte, die sieht anders aus. Ja. Genau das ist es jetzt überhitzt. Mein Körper nehme ich hier permanent. Toll. Toll, 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 toll. Ähm, ich muss jetzt diese Wespe hier kurz anziehen. Vielleicht kann ich mit der wenigstens kurz durchhalten. Ja, ich nehme schon Schaden permanent. Seht ihr das? Das machen wir jetzt so. Und das Backpack lasse ich jetzt tatsächlich kurz liegen. Das ist mir jetzt egal. Ich muss in die Base ein Thermalstone bauen und unbedingt mir ein Nitre bauen. So. Oh, ähm, ja, wahrscheinlich sterbe ich sogar trotzdem. Toll. Ach, fuck, an das hätte ich jetzt denken müssen. Mann, das Spiel ist kacke, wenn ich deswegen jetzt verreck. Ich bin mir nur nicht sicher, wie lange das jetzt halt anhält. Also wie lange das jetzt halt anhält mit Sommer. Ob das jetzt ewig anhält oder nicht ewig anhält. Also wie lange halt der normale Sommer dauert. Oder ob es jetzt nur einen einzigen Tag Sommer ist, was ich aber nicht glaube, weil dann wäre es wiederum zu leicht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das ist sowas von bad. Außer in vier Tagen switchen wir jetzt wieder von Sommer auf Winter. Das wäre dann wiederum richtig geil. Aber ich bin jetzt sowieso schon tot. Geil. Geil, oh, Matt. Wow. Wow. Super Run. Super Run. Super Run. Ich kann nur hoffen, dass jetzt nicht mehr Sommer ist, wenn ich jetzt mit dem Touchstone wiederbelebt werde. Oh, mein Gott. Es ist halt immer noch warm. Seht ihr immer noch den Grafikeffekt? Ah, Moment. Anscheinend hat es sich doch gebessert. So, ich bin gerade irgendwo. Auf dem Weg dahin gestorben. Ist es jetzt Sommer oder ist es jetzt nicht mehr Sommer? Ich kann es gerade nicht einordnen, wenn ich ehrlich bin. Es könnte gerade Sommer sein, aber es könnte jetzt auch wieder normal sein. Dann hat es mich nur ein Leben gekostet. Das wäre okay. Also wäre immer noch kacke, aber wäre okay. Wenn es jetzt immer noch Sommer ist, dann habe ich wirklich ein riesiges Problem. Aber es sieht alles wieder ein bisschen dunkler aus. Also so ein bisschen winteriger. Anscheinend gleicht wirklich ein Tod, um das zu resetten. Boah, das wäre so toll. Never mind. Das ist immer noch scheiße. Oh Gott. Summer Fress. Das kühlt mich wenigstens ein bisschen ab. Ich kann nichts mehr tragen. Gut. Schnell in die Base. Okay. Es ist wirklich immer noch Sommer. Garantiert sogar. Verdammte Kacke. Oh ne. Für Sommer bin ich gerade nicht ausgerüstet. Ich wäre für den Winter wäre ich ausgerüstet gewesen. Für Sommer nicht. Äh, 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 äh. Das da muss weg. Ich sagte weg. Und wir brauchen jetzt ganz schnell dieses Endothermic Fire Pit. Wo bist du denn? Äh, zweimal Gold, zweimal Stein. Habe ich genug Steine? Habe ich noch irgendwo Steine? Ja. Zweimal Steine. Legen wir dich einfach kurz hin. Wow, ich sterbe gleich schon wieder. Geil. Wow. Ach komm schon. Sommer ist doch Kacke in diesem Spiel. Wow. Sommer ohne Vorbereitung ist einfach nur beschissen. Da bringen dir deine ganzen Respawn-Dinger auch nichts. Einfach weil ich nicht mal in meine Base komme, um mich da am Leben zu halten. Vielleicht wenn ich jetzt sprinte, könnte ich ein Endothermic Fire bauen. Wieso habe ich jetzt gerade hier Build Endothermic Fire? Irgendwas buggt gerade, weil ich es gerade bauen wollte und trotzdem gestorben bin wahrscheinlich. Oh shit. Shit, 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 shit. Das ist jetzt so kacke. Ich habe mir jetzt echt meinen Spielstand dadurch versaut, dass das eine Sommertruhe war. Mann. Bis jetzt noch nie gesehen, außer mal auf Bildern, da ich mich im Wiki ganz viel rumgetrieben habe. Ey, der Regen könnte mich doch jetzt ein bisschen abkühlen, hoffentlich. Und deswegen dachte ich jetzt halt nicht, dass es das auch schon ist. Aber man muss in diesem Spiel echt alles wissen. Schade. Es lief bis jetzt so gut. Und das war es jetzt. Nicht die Fackel equippen. Es ist heiß. Wieso equippst du eine Fackel, lieber Charakter? Denk doch mal nach. So, wir bauen jetzt erstmal nur ganz kurz hier ein Endothermic Fire hin. So. Einfach nur zum Kühlen. Das ist zwar noch nicht die finale Version, weil das kann ich nicht wieder anmachen, wenn es ausgeht. Aber deshalb baue ich das jetzt einfach mal dahin und das kühlt. Ein Endothermic Fire ist nämlich so eine Art kaltes Feuer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zwei Bonusleben schon verkackt. Da geht die Musik auch wieder ganz laut, ne? So. Also. Ich wollte gerade schauen, dass ich das permanente Ding davon craften kann. Dafür benötige ich jetzt mein Gold. Mit dem Gold kann ich jetzt zwei Electrical Dotes gleich herstellen. Dote, Dote, Dote. Hoffe ich zumindest. Irgendwo hier. Genau. Eine. Zwei. Die kommen jetzt hier in mein Inventory. Und jetzt schauen wir nach, was ich noch brauche. Ich brauche noch ein bisschen mehr Stein. Das bedeutet, ich darf mir hier den Stein schnappen. Und crafte daraus. Moment. Ich überhitze schon wieder leicht. Und darf mich jetzt da hinstellen. So. Und jetzt crafte ich mir ein bisschen Cutstone. Eins. Zwei. Drei. Vier. Zack. Zack. Kombinieren. 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 Jetzt gehen wir mit diesen vier Cutstone hier an. Lighten und bauen die Endothermic Fire Pit. Wieso kann ich die nicht bauen? Also ja, weil ich noch nicht an der Alchemy Engine bin. So. Und das ist ein Feuer, das ich immer wieder anmachen kann. Also selbst wenn es ausgeht, kann ich das einfach wieder neu bauen. Deswegen bauen wir dich jetzt auch hier hin. Das ist genau wie diese Fire Pit halt. Kann ich immer wieder anzünden. So. Jetzt kann ich zumindest in der Nähe meiner Base überleben. Das ist ein Anfang. Davor konnte ich nämlich nicht mal das. So. Okay, wie kriege ich jetzt das alles wieder unter Kontrolle? Nicht Ragen, sondern jetzt erst mal schauen, dass ich alles wieder unter Kontrolle bekomme. So. Und ich könnte diese Weste ja anziehen. Ich glaube nämlich, dass die mich kühlt. Ich bräuchte einen Survival Stone. Habe ich denn die Mets dafür? Ähm. Oder einen Endothermel Stone, glaube ich, heißen die. Drei Flints bräuchte ich dafür. Oh man. Wenn nur... Also wenn jetzt noch ein... Wow. Alles die Fertilized wegen dem scheiß Sommer jetzt auch. Och Gott. Wenn das jetzt halt noch Feuer fängt, dann kann ich wirklich neu starten. Dann war's das. Och fuck. Wieso habe ich so viel Pech? Wieso habe ich so viel Pech? In Dawnstarf wird dir nichts geschenkt. Egal was da einfach nur du denkst, da liegt irgendwas rum. Nope. Das ist einfach nur, um dich zu trollen und um dich in naher Zeit umzubringen. Geschenkt wird dir in diesem Spiel nichts. Ich wüsste nur gern, wie viele Tage jetzt Sommer ist. Ob das wirklich jetzt 20 Tage sind und das jetzt der Anfang davon ist oder... Keine Ahnung. Nightmare Fuel. Achso, weil ich hier gestorben bin. Ich und meinen Schluck auf. So. Ähm. Das Endothermic Fire würde ich gerne immer am Laufen halten. Weil wenn das nicht mehr läuft, verbrutzel ich hier. Das heißt, wir bauen jetzt halt hier ein bisschen weiter. So. Gleich kann ich danach noch mein Endothermic Fire Ding insbauen. Aber ich brauche gerade die Slots frei. Äh. Nicht mein Endothermic Fire, sondern mein... Einfach nur meinen Stein halt. Meinen Thermal Stone. Den brauche ich nämlich. Denn damit kann ich mich, während ich in der Gegend rumlaufe, ein bisschen kühlen. Und das ist wirklich angenehm. Da habe ich gerade noch eine Spitzhacke. Dafür habe ich aber die Matts. Survival. Wo bist du denn? Thermal Stone. Du müsstest hier jetzt eigentlich sein. Genau. So. Und den Thermal Stone legen wir dann dabei in den Kühlschrank. Und in dem Kühlschrank wird er jetzt halt nämlich dann irgendwann blau. Und dann weiß ich, dass er sich aufgeheizt hat. Und somit kann ich ihn dann im Inventar halten. Dasselbe geht auch im Winter. Wenn du ihn an ein Feuer legst, dann wärmt er dich nämlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nicht gut. Alles andere als gut, wie das hier läuft. That's a cold stone. Ja, das ist doch auch gut. Gut, Steine sind doch normalerweise immer eher kalt, oder? Bin ich jetzt doof. Ja, okay. Außer sie liegen ewig in der Sonne. So. Ähm. Leute. Ich werde mal ganz kurz eine Sache im Wiki nachschauen. Heißt, ich haue hier einen kleinen Cut rein, wie lange denn Sommer ist. Ich würde nämlich gerne diesen Speicherstand behalten und nicht sterben. Und dafür benötige ich jetzt einfach die Information, dass ich mich darauf einstellen kann. Also wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So. Da bin ich wieder mit einer sehr schlechten Information. Die Chest startet nämlich in der höchsten Sommerphase. Bedeutet, dass wir noch ungefähr jetzt 10 Tage Sommer haben. Und ich jetzt irgendwie diese 10 Tage Sommer hier überleben muss. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt am besten angehe. Ich habe mich nämlich 0 vorbereitet für Sommer. 0. Das einzig Gute ist, sollte ich es irgendwie überleben, bekomme ich weitere 10 Tage, äh, beziehungsweise sogar 20 Tage Herbst. Da nach Sommer ja immer schön Herbst ist. Aber gut, hey, ich kann mit Nitro das Zeug anzünden, das wäre gar nicht mal schlecht. Aber irgendwas sagt mir, dass ich extreme Probleme haben werde, überhaupt diese Tage hier zu überleben. Aber mal schauen, vielleicht habe ich ja wirklich viel Glück. Irgendwo ist doch mein Chester noch gewesen. Wo ist denn mein Chester? Mein Chester ist jetzt wahrscheinlich in dem Biom gestoßen. Ah, super. Da liegt noch so viel Stuff, aber da komme ich jetzt halt nicht hin. Da komme ich erst frühestens im Herbst wieder hin. Oh Gott, ich hoffe, es ändert bald wieder die Temperaturen. Da sieht man immer ganz gut, welche Temperatur es hat. Und solange das jetzt halt auf dem Maximum ist, müssen wir das extrem ruhig angehen. Also, die nächsten Folgen werden ziemlich, ziemlich ruhig. Und da ich einfach nur überleben muss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht gut. Eieiei. Warten, warten, warten. Giftfässer, fleißig warten. So, wie überlebe ich jetzt den Sommer? Ich habe keinen Eisphringomatic. Ich komme nicht wirklich von der Base weg. Ich kann ein bisschen Holz holen. Essen verdirbt mir langsam selbst in der Eisbox leider. Das ist schlecht. Das darf mir hier drin noch nicht verderben. Wow. Nein, meine ganzen 40 Berries sind mir verdorben. Oh Gott. Oh mein Gott. Im Sommer bringt halt die Eisbox auch kaum was. Oh shit. Oh Mann, ich hätte gerne den Mod der Never Perish Eisbox. Dass die Eisbox wirklich das permanent am Leben hält. Der Mod ist tatsächlich OP, weil dann würden mir die Sachen hier gar nicht kaputt gehen, die hier drin sind. Aber irgendwie, ich mache den Eindruck, als bräuchte ich jegliche Hilfe, die ich bekommen könnte. Und genau so ist es auch. So, haben wir mal drei Karotten dazu. Dann haben wir hier Meatballs mit Karotten. So, mit dieser Weste kann ich wenigstens ein bisschen hier wenigstens überleben. So, was brauche ich denn jetzt akut? Ich habe Essen. Ich habe... Ja, vielleicht geht es ja doch irgendwie. Irgendwie. Vielleicht kann ich hier oben mal schauen, ob ich noch eine Waffe bekomme. Damit ich in der Theorie einen Angriff von den Viechern überleben könnte. Aber das muss ich euch jetzt mal zeigen. So, Spider-Gland. Du kannst da rein. Du kannst dann da rein. Cut Grass brauche ich momentan nicht. Hast du gerade mein Essen aufgegessen? Alter, wenn ich dich jetzt schlachten würde, würde ich ohne... Ohne Gewissensbisse das machen können, Schweinchen, wenn du mir mein Essen im Sommer wegfutterst. So, wir nehmen jetzt auf alle Fälle diesen Termal Stone. Diesen eiskalten Termal Stone. It's colder than ice. Und so kann ich mich jetzt nämlich frei hier ein bisschen bewegen. In der Hoffnung, dass ich hier oben wenigstens eine Waffe oder irgendwas finde. Boah, ich hoffe, es wird bald wieder Winter. Äh, beziehungsweise August. Ich sage immer August zu Herbst. What the heck ist denn falsch? So, also hier sind Spinnen. T2-Nest. Jetzt müssten hier nur noch irgendwo die freundlichen Dinger davon sein. Ah, so weit weg. Moment, vielleicht, wenn ich das so trigger... Hoho, jetzt laufen mir aber einige Spinnis hinterher. Und irgendwo hier war doch gerade eins. Genau, da oben. So, und dieses Ding kann jetzt hier die Spinnis für mich töten. Genau, genau, töte die. Nein! Nicht, jetzt hat ja mein Monsterfleisch gegessen, ernsthaft. Da, jetzt töte es. Haha. Wenigstens die Elite-Spinne hier getötet. So, nein, jetzt ist es wieder... Oh, ist doch noch da, gut. So, kriege ich wenigstens for free hier vier Drops von Spinnen. So, solange der Stone noch kalt ist, habe ich ganz gute Karten hier. Oh, Mann, ey. Das ist doch alles Kacke, dass das jetzt so passieren musste. Ich war so gut vorbereitet für den Winter. Aber habe für den Sommer halt noch nichts gehabt. Der Winter ist... Äh, der Sommer ist überhaupt leichter zu überleben, wenn du davor einmal Winter hattest. Da Eis tatsächlich niemals kaputt geht in dieser Box. Und du dann in großen Vorder dann Eis hast, weil es eben Winter ist. Und da ist es kalt. Und da bekommst du dann Eis bis zum Umfallen. Aber nein, hier natürlich nicht. So, ich sollte mich ab und zu mal in den Schatten stellen, weil sonst überhitze ich hier auch, wenn ich immer in der Sonne stehe. Vor allem mittags ist es da schlimm. Da kühlt dann alles so ein bisschen ab, wenigstens. Oh, genau das ist das Problem. It might be okay, if it was cooler. Diese Saplings hier sind nämlich auch dann oftmals viel zu warm und gehen dadurch dann wieder kaputt. Und das ganze Zeug ist dann... Wow, die Flower war auch schon Withered. Ah, wow, alles Kacke. Irgendwie überleben. Irgendwie, Jukai. Komm schon, das schaffst du irgendwie. Oh Gott, hier auch alles irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht worden. Shit, 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 shit. So, dann verkoche ich jetzt als allererstes mal immer das Fleisch, das hier am schlechtesten gerade ist von seiner Qualität her. Kann ich Petals kochen? Na, ich kann es nicht mal als Filler reintun, schade. So, dann das sofort wieder da rein, damit es möglicherweise ein bisschen hält. Mit Rot kann ich diese Dinger hier wenigstens mit Glück ein bisschen fertilisieren. Aber ich glaube, dass die dann auch nur zu... Na, die könnten dann in der Theorie wachsen. Wenn die in der Theorie jetzt wieder wachsen, dann wäre... Das wäre wenigstens ein Anfang. Are you still hungry, plant? Wow. Oh man, manche brauchten jetzt halt wirklich zwei Dünger hier. Scheiß, Sommer. Wow, wow. Habe ich einen Hammer? Ja, unten, aber ich glaube, ich komme nicht ganz bis ganz nach unten. Ich könnte einmal bis nach unten da laufen und mein ganzes Zeug holen, aber das wäre jetzt echt gleichzeitig sau risky. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, auch wenn da mein Chester ist mit meinem ganzen Stuff, aber... Ich glaube, das wäre ein wenig zu risky. Oh man, das ärgert mich jetzt, dass das so früh war. Chaos. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt halt ist, wenn ich in der Höhle drin wäre. Also es gibt ja diese Caves, ob es da auch Sommer ist, oder ob ich mich jetzt in diesen Caves eigentlich ohne Probleme vor Winter schützen könnte. Das würde nämlich möglicherweise auch funktionieren. Was mache ich denn jetzt Sinnvolles? Ich brauche jetzt irgendwas Sinnvolles. Ähm. Hm. Lass mich mal kurz überlegen. Was kann ich jetzt Sinnvolles machen? Dass der Sommer schneller vorbeigeht, kann ich nicht machen. Wie kann ich aber dafür sorgen, dass ich den Sommer wenigstens überlebe? Der Sommer wird jetzt für mich ein extrem langes Warten eigentlich. Oh Gott, Hundeangriff. Moment, mein nächster Revive-Stone ist so weit weg, dass ich nicht bis in die Base komme. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal sterbe, war es das höchstwahrscheinlich. Ich will nicht nochmal anfangen, es läuft alles gerade so gut. Es läuft gerade so gut. Nein. Äh, ich brauche gerade irgendwie ein bisschen Fuel, dass die Dinger wenigstens nochmal laufen. Meine Armor equippe ich jetzt statt der Weste. Und dann schauen wir mal. Gott, ich habe Angst. Wenn jetzt die Hunde kommen, ne. Oh. Da laufen sie schon her. So, tötet die mal. So, ich helfe euch sogar. Gut, tot. Bisschen Monster-Meat. Uah. Boah, wenn ihr jetzt halt noch... Was? Wieso sind hier Bienen? Ich habe doch kein Bienennest in der Nähe. So, tot geht doch. Oh Gott, noch einer. Echt jetzt? So, wenigstens macht diese Waffe so viel Schaden. Ähm, brennt das hier? Nein. Nein. Ich hasse Sommer. Ich hasse Sommer. Alles brennt ab. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein, jetzt isst du... Oh Gott. Kein Platz im Inventory. Schnell weg. Platz, 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 Platz. Ich muss die ganze Asche wenigstens mitnehmen. Ich brauche irgendwas Sinnvolles durch den Scheiß hier. Wenn schon alles schief geht, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Genau, das probiere ich jetzt hier. Wenigstens mal hier alles einsam. Oh, Moment. Das war ein roter Gem. Das war dann wahrscheinlich ein Fire Dog. Oh Gott. Stimmt, die kommen ja im Sommer. Im Sommer gibt es noch rote Hunde. Und im Winter gibt es blaue Hunde. Die freezen dann entweder alles im Umkreis von sich. Oder im Fall von einem roten zünden alles im Umkreis von sich an. Oh mein Gott. Sieht das gerade kacke hier aus. Scheiße. Wieso habe ich die Schuhe aufgemacht, Leute? Wieso? Nein, 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 nein. Und ich dachte, das Spiel wäre mal nett zu mir und gibt mir ein paar Ressourcen. Aber nö, jetzt ist einfach nur Sommer. Aber ich muss wahrscheinlich jetzt nur noch so um die 10 Tage aushalten. Das Schlimmste wäre jetzt, wenn jetzt nur einmal ganz kurz Sommer wäre und danach es gleich Richtung Winter geht. Also Sommer und dahinter Winter. Weil dann hätte ich nicht nochmal eine Zeit, mich aufzubauen, dass ich den Winter überlebe. Weil ich verbrauche jetzt gerade auch einige Ressourcen. Ich habe keine Wände. Ich habe kein gar nichts eigentlich. Oh Mann, ey. Where is the sun? Ja, leider nicht da, kleines Piggy. Wobei, eigentlich nicht leider, sondern das ist eigentlich das einzig Angenehme hier gerade, dass keine Sonne ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Immer im Kreis laufen. Das bringt Glück. Ich muss einfach nur die Nacht gerade rumbringen. Dann kann ich mich wieder ein bisschen in der Gegend rumgehen. Ich denke, ich werde oben mal meine Bäume hier anfällen. Und dann darüber mir nochmal ein paar Ressourcen holen. Damit ich zumindest das Feuer wirklich immer am Brennen halten kann. Das Feuer muss jetzt wirklich permanent an sein, damit mir nicht zu warm wird. Die Waffe hält mich wenigstens am Leben gegen die Hunde, da die so OP ist. Aber alles andere läuft gerade richtig, richtig kacke. Wegen dem dämlichen Sommer hier. So Leute, der Part hier ist aber damit auch schon wieder zu Ende. Mit einem bisschen einem demotivierten Jukai, da er gerade zwei seiner Wiederbelebungssteine verloren hat. Seine Lieblingswiederbelebungssteine. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch der Part gefallen hat. Und ich hoffe auch, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen, wenn ich hoffentlich den Sommer dann irgendwann mal überlebe. Bis dahin, tschüss und lasst doch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Tschüss, tschüss, tschüss.